Unnützes Pokémon-Wissen. Der falsche Schrei. Wer die erste Generation von Pokémon damals damals vor langer Zeit gespielt hat, kennt dieses eine Bild hier. Das war das allererste Pokémon, das uns Professor Eich zeigt und es ist eindeutig ein Nidorino. Doch der Schrei, der ertönt mit diesem Pokémon zusammen, ist kein Nidorino. Das ist der Schrei von einem Nidorina. Super gemacht Game Free. Gleich mal in der allerersten Sekunde vom Spiel ein fetter, fetter Bug.